Moin, ich bin Toni Kirschner, Verkaufsleiter von der Firma Wüstenberg in der Region Ost. Wir sind dieses Jahr aufgrund der Kampagne Mähdrusch ist unsere DNA mit drei Mähdraschern bei uns im Gebiet unterwegs. Ein Secksschüttler, ein CX 8.90 mit einem Korntankvolumen von 12.500 Litern. Die Maschine hat 460 PS, ist mit einem New Holland 9,15 m Warefiet Schneidwerk ausgestattet. Zu den beiden Rotorm Mähdreschern, da haben wir ein CR 8.90 mit einem 12,50 m McDonne Schneidwerk der zweiten Generation ausgestattet. Dieser Mähdrescher hat ein Korntankvolumen von 12.500 Litern und 544 PS. Der größte im Bunde ist der Rotorm Mähdrescher CR 9.90 mit einem Korntankvolumen von 14.500 Litern mit 600 PS und auch mit einem 12,50 m McDonne Schneidwerk der zweiten Generation.